Wir brauchen Ohren, um etwa hören zu können. Ohren steht für Hören und Tun. Es steht da, Ohren hast du mir gegraben. Das deutet hin auf die Bildung der Gehörgänge bei der Entwicklung im Mutterleib. Da hat Gott schon dran gedacht. Und er hat die Ohren uns nicht gegeben, damit wir alles Mögliche um uns aufnehmen, sondern er hat uns die Ohren dazu gegeben. Er hat unsere Gehörgänge dazu gebildet, dass wir auf ihn hören. Das ist der Sinn, warum er uns das gegeben hat. Warum unsere Ohren überhaupt da sind. Die Ohren sind nicht die Halter für die Brille oder für die Maske. Natürlich sind sie das auch, aber sie sind in erster Linie dafür gegeben, dass wir auf Gott hören. Dafür sind sie gegeben. Dafür hat er sich gegraben, sozusagen. Das ist ein schönes Bild. Gegraben, die Gehörgänge gehen ja ziemlich tief rein und sind verbunden dann mit allen möglichen Dingen. Ganz komplexes Organ und dann zum Gehirn. Er hat unsere Gehörgänge dazu gebildet, dass wir auf ihn hören. Das ist ein schönes Bild. Untertitelung des ZDF, 2020